So, jetzt hören wir hier noch die Bastok-Anlage für den 1,40. Schauen wir mal, wie die sich anhören wird. Hier im Video im Vergleich zum originalen Auspuff. Ja, hören wir uns das Ganze einfach mal an. Mit Klappe zu hört sich das schon echt, echt gut an. Okay, ist jetzt ein bisschen lauter. Ich denke, die Abgas-Anlage ist auf jeden Fall zugelassen, denke ich. Aber der Kontrast zwischen Klappe zu und Klappe offen ist jetzt nicht so heftig. Fast wie beim Original. Beim Original, okay, es knallt halt ein bisschen mehr. Also meiner Meinung nach jetzt nicht so eine krasse Abgas-Anlage, dass die Eisenbahn echt besser angehört. Naja, schauen wir mal, was wir noch so alles finden.